3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 7 8 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 15 15 16 19 20 20 20 20 21 21 21 21 20 21 21 21 22 21 Oh mein Gott, ich kann den MPP machen. Guck, der ist dann noch schneller. Aber den mache ich so stark. Weil der muss noch ein bisschen üben. Soll ich dem Torwart noch helfen? Ich muss dir noch ein bisschen helfen. Weil der muss noch ein bisschen trainieren. Weil es dann scheiße ist. Ich habe einen Exxapis, den ich noch ein bisschen schülle. Auch schülle, ist das jetzt glaschul? Ja. die Niederländen dann kann ich jetzt spielen die Stichens an das ist ein Beispiel aber er war es war der Kumpel-Hopster-Normale Joachim stattdessen stattdessen Auremberg zu holen ist da und zwei ich bin es hat nicht gut machte dort hin und gut Korn und es macht nur noch es nur nur ich mache es wie das ist kopflos das war ein cooles noch nie und die nicht schnopter lüsen 9 und die die großheit lässt du hast trainiert leider nicht trainiert gehen komm mal rein bitte 2 0 1 2 0 ok das hat zeit da war leider so gut aber da war leider schlecht der stimmt hat er ein tor gemacht nächste mal muss noch üben 4k den kauf ich mir 4k so ein stimmten Eikon. Ich kaufe mir eins. Sah nochmal ein Aikon. Oha Ferrari. Ja, putschi. Dede. Drei Millionen einfach. Wieso kann ich das nicht kaufen? Kostet. 4K kostet. Ach stimmt. Du kannst es erst kaufen. ich habe die nummer elf gestellt nächstes mal du musst mal auch üben da muss alle beide mussten die 2011 den tor hat mich auch noch mal aufmachen und nächstes mal du musst auch ein tor machen ist schlecht ukulata easter ried ich wäre guck der ist jetzt nummer 2 im tor hat mache ich auch zwölf an die nummer 11 das ist noch schlecht nämlich auch die nämlich auch gut das spiel was willst du ja ich muss nur spielen was da ja so ist zu kapiert ja macht den flash wo macht ein tor gooo ok ich hab was aus der tschichtete sektem muss halt um an was er das unterhalte muss da macht einfach ob sie nun hey servus hier mach ich so den ganzen schritt hat sagt du hast gelernt mal gucken schafft er sie schafft immer ein reißen es ist ein guter spiel war es nicht der haum mit und nicht sehr hemmel ist sie die die Prozent die Anlieferung Nismas hast du das es ist gespielt das wurde sein Tor Kuckuck wieder move so komm, er hatte Schissritte, der gesagt hat 2-0, also mach flash Speed, alter mach speed move 4-0, Alter ich hab Ronaldo Move, mach Ronaldo Move mach jetzt Ronaldo Move macht er jetzt keine Ronaldo Move macht schön, Digga 3 haben es nicht geschafft da das hat leider kein Tor gemacht aber guter Spielweis nein ach du Scheiße die müssen wir noch üben die müssen mehr üben ich muss sie alle noch lernen und sie haben mit du hast es auch leise das schafft aber du hast es gut gespielt guck mal das rohrt dann, Alter Gummiden üben der Hamid komm und du du musst auch spielen ich muss sie leider noch üben lassen Maguna ein gutes Spiel so tschüss Leute Bis zum nächsten Mal.